dass ihr beiden als erste Senioren überhaupt gegeneinander eine Partie FIFA 18 spielt. Na Mensch, das ist ja eine Ehre, da kriegen wir auch nicht den Goldpokal. Ich weiß zwar, dass der Ball rund ist, das weiß ich noch. Aber hier hast du ja nicht aus. Wir haben ja keinen Ball. Ach, du kennst dich so ein bisschen aus dem Fußball? Ein bisschen, ja. Gucke sehr viel, spiele auch selbst noch ein bisschen, Training. Also du hast so theoretische Vorteile. Ja. Dann bist du ja ein harter Gegner. Aber hat ja. Ich weiß zwar auch noch, was ein Elfmeter ist und ein Tor, das weiß ich auch noch, aber irgendwo. Und abseits. Wir lassen es überraschen. Ich glaube, ich nehme Bremen, sonst lösst du nämlich in Berlin. Nimm du bei Hertha. Dann nehme ich Hertha. Du bist besser. Ihr dürft aber auch andere Mannschaften wählen. Es gibt ganz viele. Ach so. Ich bleib bei Hertha. Ich nehme jetzt mal Bremen. Das sind die Trikots. Findet ihr die schick? Nee, also ich habe das Grüne, die sehen aus wie Frösche. Naja, aber da hat's ja die Spielgrün. Bremen spielt Grün, ja. Na, weiß ist so nackig. Weiß und rosa oder blau. Blau geht nicht. Kannst ja in rosa gehen. In rosa einfach. Das wäre ja wahr. Aber das gibt es wahrscheinlich nicht beim Fußball. Grün. Ich glaube, ich nehme den Grün. Grün ist gut, klar. Lass die Frösche hupfen. Grün ist die Hoffnung, gleich gewinnst du. Ja, jetzt geht's aber rund. Jetzt müssen sie ja erstmal noch eine Nationalhymne singen oder auch etwas Schönes. Seht mal. Jetzt geht's los. Ja. So. Ich habe Grün. Ich habe Angst, ich habe Angst. Also dann ist das Tor auf der linken Seite. Jawohl. Was ist der Ball? Okay. Auweih. Das ist nur Pass. Was ist denn? Blau. Ja, jetzt noch nicht. Jetzt renne. Ja, ich renne ja schon. Brennen. Jetzt kommt der Pass. Oh. Ja, genau. Ui. Manometer. Wo muss ich schießen? Wo ist denn die blauen Dreieck schon wieder? Ich sehe ja nur, ach, hier ist er jetzt, aber Brenne. Zack. Und ins Tor. Tor. Wie kann ich denn den Spieler wechseln? Ich bin mit dem roten. Ach so. Jetzt aber. Rein. Hopp. Und zack. Nein, scheiß. Der hat er schon wieder. Wie machst du die? Rüber. Ach, hier. Ja, jetzt muss ich drehen. Jetzt ins Tor. Rein. Ah, jetzt. Uh, scheiß. Na, zu spät. Ui, jetzt war ja ein Faul, oder was? Nein. Ich habe den Ball abgenommen, ganz regulär. Jetzt wieder. Witsch. Ja. Ich sehe hier mein Ding. Darf ich haben einen Flick in der Optik? Der blaue Pfeil ist, Jack. Pssch, wo ist denn der? Och, jetzt habe ich ausgeschossen. Ich habe versehen auf Schießen gedrückt. Hoffentlich hast du dir kein eigenes Tor geschossen. Du hast ein Wurf. Ach. Ja, musst jetzt einwerfen. Ich muss einwerfen? Ja, das Ballen rein. Warte mal, das werden wir mal testen. Und jetzt. Und ab, die Luzi. Warum geht der, wenn ich an den Ball ran? Schieß doch mal aufs Tor, aufs eigene. Nee, ich will nicht aufs eigene Tor. Aber du bist ja vielleicht gut. Ich will dich ja schlagen. Zack. Und Ball. Dann geht der nämlich an Ball ran, dieses Bies. Das war ein Eigentor. Mann, mach da mal. Nein, ich habe da noch kein Tor geschossen. Doch, du bist ein Tor. Das Spiel ans Tor ran. Ach, du Schatz. Dankeschön. Nein, das wollte ich nicht. Der hat sich ja so komisch gedreht. Warum hat der sich so gedreht? Das ist ja auch ein Monster. Kann sich doch nicht einfach drehen. Die Lane. Wie heißt der Thomas? Was sagen wir an? So, jetzt hast du wieder Anstoß. Der ungläubige Thomas. Jetzt aber hier drin. Da brauche ich ja gar nichts machen, wenn du selbst deine Tore schießt. Das ist doch nicht schlecht. Warte nur ab. Wenn du noch eins schießt, bei dir selber. So, du hast einen Anstoß. Ui, nicht zurück. Gottes Willen. Jetzt wieder jetzt aber vor. Jetzt ins andere Tor. Und rein. Räne, 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 Räne. Verflickse. Und Tor. Spielerwechsel kann man nicht machen. Man kann nur den roten Automaten. Und rein. Hau in den Ball. Jawohl. Und rein. Warum denn nicht? Und jetzt ins Tor. Zack. Scheiße. Ist schon wieder hinten raus. Abstoß für uns. Du musst aber auch schießen. Ja, ich wollte ja schießen. Schießen ist das? Ja, genau. Ach, das. Das habe ich nicht gewusst. Waren wir mit der Torwart jetzt nicht? Wie? Jetzt aber raus. Genau. Jetzt einfach auf Schießen drücken mit Null. Der muss ja jetzt raus. Und nicht. Ach, nee. Ja. So. Und schieß. Ui. Scheiße, das war drüber. Legen wir ein. Doch, ich habe über das vorgeschossen. Ja, ist wie bei Bremen. Die können das. Das weiß der nicht. Ich kenne die gar nicht. Ich habe die einfach genommen. Mir sind die Bremer Stadtmusikern bekannt. Ja, die Vierer spielen aber nicht mit. So, jetzt kommt der Zweite. Jetzt sehe ich meinen gar nicht mehr. Ich sehe nur noch Rot. Das mache ich erst noch. Du hast ja nur die Rot. Du hast noch auf das Stadion. Jetzt. Jetzt. Ja, warte mal. Der muss jetzt noch einen anderen teilen. Dass du gar nicht durchkommst. Renne. Jawohl. Nimm ihn weg. Ach, nee. Jetzt bin es ausgerannt. Warum das? Jetzt aber. Der muss den hier rumschießen. Du musst den Einwurf machen. Ja, mache ich jetzt. Ja, zeig dir. Ui. Und jetzt aber. Renne. Das ist ja meiner. Ein Glück, du. Nein, Gott. Und wieder. Ja, und. So ein Mist. Das macht schon Spaß. Aber irgendwo, man muss erst mal hier mit den Knöpfen klarkommen. Hier muss man sich auch so fest kreien. Man hat das Gefühl, das fällt gleich runter, das Ding. Mensch, ein Tor habe ich. Du hast ein eigenes Tor geschossen. Du musst schon mal einen Abschlag. Die würden mich ja totschlagen. Jetzt aber. Hast du mir ja schon wieder einen Ball geklaut. Jetzt. Ja. Das muss ja sein. Das ist ja der Wunschball. Wo ist denn mein Spieler? Zack, renne. Renne. Und jetzt Schuss und Tor. Scheiße, schon wieder drüber. Nee, der kann ja nicht eingreifen. Mein Spieler ist an der Mittellinie. Na, da kann ich ja nicht dafür, wenn du. Wenn ich den habe. Das ist schlecht programmiert hier. Das ist für den Werder Bremen Programmier. Der muss ja erst mal raus. Zack. Und raus. Und der Grüne gleich. Nee, das ist doch mein eigenes Tor, oder? Ich rumreine dich jetzt rum. Bums. Ui, schon wieder drüber. Mensch, so viele Ecken. Ja, tut mir leid. Sorry, Wiesenhoff. Das ist hier der Hähnchenmann, oder was der der Werbung macht. Nein. Ich bin außer mir. Boah, da kommen wir ja richtig hin zu schwitzen. Da schwitzen wir ja schon unter der Zunge. Du läufst da ja auch nicht. Ja, die trinken dann, deswegen trinken die alle Bier beim Fußball. Der schießt immer den Abschlag so kurz. Ja, und jetzt zurück. Jetzt stürmig bis vor. Jetzt kommt der Pass. Ach, da hinten. Warte mal. Was machst du denn für Sack? Hast du denn rausgeschossen? Ein Glück, dass du den rausgeschossen hast. Warst du nicht noch dran am Ball? Nee. Wollen Videobeweis haben. Jetzt aber einwurft. Zack. Rein. Hopp. Hopp. Und richtig. Zu meiner Seite. Ja. Jawoll. Rennen wir jetzt. Jetzt. Aber rennen. Husch. Zack. Ja. Jetzt aber los. Und jetzt aber. Jetzt. Kann man nicht den Spieler wechseln? Ich bin da ganz... Und Schuss. Abgeblockt. Jetzt. Aber jetzt Schuss. Schuss. Und Tor. Nee. Haha. Hast du den Pass gesehen? Das ist... Ich weiß gar nicht, was ein Pass ist. Ich weiß, dass das ein Reisepass ist. Aber du erzählst mir hier Böhmische Dörfe. Du willst mich hier nur ablenken. Nein. Jetzt. Jetzt schieß. Aber warum geht das? Warum schießt der nicht? Ja, weil ich dazwischen bin. Ich bin da nicht doof. Jetzt aber raus. Wieder zurück. Jawoll. Und jetzt aber rennen. Wo ist mein Spieler? Zack. Zack. Jetzt aber. Ui. Jawoll. Der Blaue, der rennt. Mensch, da kriege ich mir eine Genickstarre verhoben. Das ist ein Gegenspieler. Ich habe keinen Weg. So. Und jetzt Ecke. Und Tor. Nein. Nicht wieder. Eingriff. Ich werde da verrückt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, wir spielen. Aber ich muss aufpassen. Aber du bist nicht so gefährlich. Zack. Jetzt raus. Ich muss gucken. Nee, nee. Du willst. Ja, jawoll. Prima. Renn zurück. Jawoll. Renn vor. Ja. Und jetzt ein bisschen. Ach, scheiße. Jetzt nehmen wir den Ball weg. Jetzt aber. Zack. Und reihe. Nein, jetzt tripple ich das durch. Wisst ihr? Ja. Ach, jetzt verstehe ich das. Und? Und Schuss. Nee. Nee, jetzt. Jetzt kann ich das noch. Ich habe das gar nicht falsch gedrückt. Jetzt passt es da rüber. Siehst du, jetzt sieht der Mann da. Ich glaube, da müssen wir noch ein Pflaster für alte Leute drauf kleben. Ich glaube, man muss hier erst eine Prüfung machen für den Test hier für dieses Ding. Ich muss aufpassen. Ui, nee. Na, Gott sei Dank draußen. Hecker? Nee. Nee. Ach, ich habe voll gern. Ja, das wird dir schön gefallen. Ich habe einen Fallsschnitt, weil ich wollte schießen. Dann habe ich laufen gedrückt. Zack, jetzt aber raus. Und bis hinter. Mensch, warum schießen die denn immer so kurz? Jetzt renne. Das ist doch meiner, der blaue. Ja. Der ist aber rein. Ich bin zu langsam. Schnell, 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 schnell. Den habe ich dir wieder abgenommen. Aber jetzt zack und zurück, zurück. Renn. Und ein bisschen mehr rüber. Zack, ja, ja. Mensch, da muss man ja. Ui, ui. Ui, der muss jetzt aber dazwischen. Hier. Ja, nehme ich den ab. Jawohl. Jetzt, jetzt. Aber doch. Durch. So viel, der wechselt. Du, der richtiges Genick schon wie. Ach, nee. Ich möchte jetzt auch ein Tor schießen. Nein. Ich bin jetzt. Zack. Und Tor. Nein. Ja, genau. Du bist ja gemein. Nein, das gefällt mir nicht. Hast du den Pass hier sehen? Ja, super. Nee. Ich weiß gar nicht, was der Pass ist. Ist mir völlig wurscht. Ich will einfach, dass der ins Tor rennt. So, jetzt. Jetzt schießen. Rennen. Nein. Nein. Jawohl. Und jetzt rennen. Spielerwechsel. Mensch. Aber los. Jawohl. Und jetzt hier. Ja, der. Abgenommen. Scheiße. Ja, jetzt kommt schon meiner. Hab mal keine Bange. Der rennt jetzt schon. Zack. Ja, mach ihn alle. Und jetzt zerzeiht mich. Jawohl. Draußen. Falsche Schossen. Raus. Ach nee, Halbzeit. Nee. Aber dass ich ein Eigentor schosse, das gefällt mir ja auch nicht. Ja. Ein erzwungenes Eigentor. Konntest du nicht schräg machen. Ja, und jetzt. Ist denn schon die Hose aufgeplatzt? Das sah so aus. Ja, da ist. Du sollst auf den Ball gucken. Du sollst auf den Ball gucken. Nicht auf die Hose. Doch. Der hat ja hinten. Da dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn da los? Ja, das kann passieren. Wenn die da so in Rage sind. Aber jetzt geht's los. Was machen wir jetzt? Jetzt. Den hab ich jetzt. Ach. Halbzeit, wa? Halbzeit. Halbzeit. Ach. Peter, es gibt noch eine zweite Halbzeit. Ich weiß. Es muss ja noch mal spielen. Es muss ja auf der anderen Seite. 1-0. Ich gratuliere dir. Aber das hast du nur zu verdanken, weil ich so doof war und nicht selbst drin geschossen habe. Also so bekloppt. Also nein. Kannst du mir noch mal kurz erklären, was ein Pass ist? Ja, was ist denn ein Pass? Ja, wenn ich von einem Spieler zum anderen den Ball schieße. Ach so, das ist ein Pass. Das ist ein Pass, ja. Ach, das ist ein Ballerspieler. Das ist ja ganz einfach, wenn man weiß. Ach so. Wenn man nicht weiß. Ich weiß, wie die da im Fußball spielen, das habe ich schon gesehen. Aber das kriege ich schlecht hin. So, jetzt geht es weiter. Zweite Halbzeit. Ich bin da auf der anderen Seite jetzt. Jetzt geht es wieder noch mal um alles. Du musst jetzt hier. Um alles oder nichts. Pass auf jetzt. Ja, ich versuche jetzt gerade der blaue. Wer hat den Anstoß? Der blaue Anstoß. Da, genau. Ach da, jetzt. Jetzt aber zurück. Jetzt in die andere Richtung. Das ist doch richtig. Ich hoffe nicht, dass ich mir da selber noch mal drin haue. Jetzt kannst du nicht schauen, du hast keinen Ball hin. Habe ich jetzt. Wieso? Ich habe da die grünen. Ist das das? Ach jetzt hast du. Mann, von lauter Rasen sieht man den Ball schon nicht mehr. Ich hätte vielleicht gar nicht grün nehmen sollen. Meine Spieler sehen aus wie der Rasen. Der rasende Roland. Aus Bremen. Mann, ich habe geschossen. Blockstar. Nee, jetzt aber zurück. Renne. Jetzt. Mensch. Ich bin jetzt ein Ehrentor. Mensch, ich schämen mich ja. Ich brauche mich ja hier gar nicht rauszugehen. Aber los. Und jetzt. Schuss. Jetzt ist es abgeblockt. Ach Gott. Ich habe es noch weg. Nee. Du musst jetzt raus. Du musst raus weg. Nee, du musst raus weg gehen. Doch, du musst jetzt. Nee, 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 nee. Der muss richtig knallen rein in die Ferse da. Und zack. Egal ob es faul ist oder nicht. Rein mit dem Ding. So, jetzt musst du mal sehen, wann ich da Tor schaust. Oh. Nee, nee, nee. Och nee. Ah, das ist da draußen. Siehst du? Ja, das war egal. Gerettet. Grün-Einwurf, ja. Oh, das fällt dir noch ein durch. Jetzt habe ich einen auch. Wie geht ein? Ja. Ich mach es rein. Genau. Mach es rein und dip in die. Jawohl. Ja, so ist gut. So, jetzt. Jetzt. Ach, du hast das. Jetzt. Aber, warum? Mensch, meine Menschen sind so blöd. Die stehen da ja nicht richtig. Die müssen hinten und ein paar stehen. Ich kann nicht schießen. Ja, das ist ja auch nicht richtig. Das will ich. So, jetzt. Gar nicht schießen. Oh, das ist unternehmen. Das ist wunderbar. Oh, ist so knapp. Aber nach daneben ist Antwort. Siehst du? Ja, dann hast du schon drei. Ach, der ist schon fertig. Jetzt aber. Ja. Nein, 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 nein. Geh dazwischen. Schhh. Oh, Gott sei denn drin. Ach, Mensch. Nein, bravo. Aus fünf Metern daneben geschossen. Ja, das soll's dir anders gehen als mir. Weißt du? Aber ich muss aufpassen. Denk mich jetzt hier nicht ab. Das wär der Sieg gewesen. Ja, das hätt's dir gerne. 1-1. Das wär noch kein Sieg. Dann gibt's einen Elfmeter. Das wär ja noch schlimmer. 2-0 wär das für mich jetzt. Ach so, ja. Stimmt. Zack. Und raus. Jawohl. Nee, ich kenn die ja gar nicht. Die Bremer, die schlagen mich ja tot, wenn ich verliere. Ach. Ist Bremen denn überhaupt gut im Fußball? Ich hab keine Ahnung. Ja, mittelprächtig. Ja, mittelprächtig. Ja, dann bin ich Gott sei Dank. Ich bin auch noch mittelprächtig. Dann geht es ja noch. So. Also nee. Jetzt aber. Der hat gar nicht die Pfiffe. Ich zeig dich um die Haut. Jetzt müsstest du eigentlich einen Elfmeter gehen. Nee, nee. Das ist aber nicht im Mittelfeld. Einen Elfmeter. Wie ist der, dass er rausgespielt? Dankeschön. Die rote Karte. Da müsste einer raus, damit jemand mehr Platz hat zum Schießen. Und sowas machen die doch, oder? Nee, jetzt wird's rosa. Rosa Karte? Ein PC-Spiel. Ich werd der kleine rote Karte. Ich bin wieder raus. Na, sag mal. Du kannst mich doch nicht einfach umhauen. Da spielst du mal aus. Wo ist denn der Ball? Den hab ich jetzt. Ach, da hinten. Jetzt. Oh, der ist aber auch winzig. Also der Ball könnte ein bisschen größer sein. Aber dann müssten sie die Männchen noch größer machen. Mein Gott, die klingeln keine. Die rennen. Oh, jetzt hau ihn rein in die Knochen. Geh außen dich, damit ich riesen kann. Nein, hau den richtig. Und ich renne die Knochen. Jawohl. Raus. Ja. Jetzt aber Schuss. Und. Jetzt. Na, nee, nee. Der kommt dazwischen. Der kommt ja mal tusten. Au. Oh, der ist daneben, nee. Oh. Ich werd mir nicht ganz haben. Siehste. Pech. Ja. So, Schluss ab hier. Scheiße. Das ist nur noch dritte Arme. Jetzt. Hab ich schon gemacht. Zack, jetzt aber. Und rein. Und. Oh Gott. So. Nee, nee. Der war da drin. Ich kann es. Und knapp daneben. Nee. Nee. Oh, Schitter. Oh, sie hat aufgeregt. Die Wiese wird schnell. Nee, Eckball. Der hat angeschossen. Ja, siehst du da. Der hat so ein Spiel braucht, weil der Ernst kommt. Nee, da steht so. Alter. Und jetzt aber ab. Und jetzt schnell. Wo ist meine? Hey, hey, abgenommen. Oh. Scheiße. Mensch, du renn. Jetzt. Rennen da drauf los. Ja. Die sind toll. Weiter. Ja, jetzt renn wieder zurück. Rennen. Mensch. Bisschen rüber. So. Zack. Jetzt müssen wir ja mitgehen. Oh, ne. Das war. Das ist ja die Gymnastik. Das ist auch schön. Hat mir gleichzeitig Gymnastik für den Hals, für den Gewürbungszäule. Mensch, aber jetzt. Was war das? Oh, Scheiße. Jetzt ist er draußen. Muss ich jetzt wieder einschmeißen. Was ist das jetzt? Jetzt aber. Ein hoch raster. Und? Richtig nach hinten. Also ihr kriegt das 1-0 über der Zeit. Ja. 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 Jetzt rennt auf ihn los. Was macht der denn das? Hau rein in die Knochen da. Den Ball weg. Hau rein in die Knochen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt. Jetzt ist es schon. Okay. Sechs Minuten. Dann hast du Pech. Oh Gott. Noch sechs Minuten. Aber unentschieden ist es. Aber ich habe mehr Ball besitzt. Sieg ist verdient. Ich muss jetzt erst mal hoch schießen. Und richtig reinknallen. Bis nach hinten. Und dann. Och. Jetzt aber. Mensch, deine Männchen sind gut. Das muss ich sagen. Ja. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, hau rein. Ja, renne. Mensch, warum geht denn das nicht? Der muss doch auch mal so hoch schießen. Jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Jetzt hat er hoch geschossen. Scheiße, das steht nicht mehr. Fällt euch jetzt mal in den Raum. Fällt dir da jetzt rein. Och. Jetzt, hau rein. Jetzt glattst du den Reich bis nach hinten. Oh, ich muss doch schießen mal. Ja, ja. Was musst du machen? Jetzt rein. Geht er nicht helfen. Jetzt. Komm rein. Nee, nee. Geh doch mal zur Seite. Warum denn? Ich wüsste dir jetzt was. Oh. Nee, das war kein Tor. Ja. Oh, zu weit gewesen. Du hast Glück, Elfmeterschießen, wenn du gewonnen. Du gewinnst, weil ich so blöde war. Naja, aber ich meine, es muss ja immer ein paar Doofe geben. Jetzt letzte Chance. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt ein Durchhang, ein Solo von Kalou. Jetzt mal da rüber. Jetzt hier rüber. Denny? Ja. Oh, geil. Ist toll, ich habe da einen geilen Tormann. Bravo, Mensch. Der erste, den du erhalten hast. Toll. Das ist der erste. Super. Der Tormann ist ganz wichtig. Der hält wieder die Sibylle. Usch. Rein, wo fang ich? Nee, du hast gar keinen Einwurf. Ich habe den Ball. Zack. Wo ist denn jetzt der Ball? Da in der Mitte. Der Ball ist immer, wo meine Spieler sind. Der ist winzig. Nee, nee. Ist aus. Ist aus. Du hast ja das Tor geschossen. Ich war der drüssige Torschieser. Ja, ich habe geschossen. Aber da machen wir irgendwann mit einem Rundspiel. Das war ein Schuss in den Ofen. Nee, mein Tor. Nee, dein Tor. Ja, mein Tor. Nehmt den auf. So, das war eine Runde FIFA 18. Berlin hat 1-0 gegen Bremen gewonnen. Euer Resümee, bitte. Ja, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Wenn man es noch besser bedienen kann und so, ist sehr relativ treu. Ja, ich finde es, obwohl ich kein Fußballfan bin, hat mir das Spaß gemacht. Und man muss sich ganz schön den Hals und den Kopf verdrehen. Ich weiß nicht, ich habe mir das Gefühl, es fällt mir aus der Hand das Ding, wenn ich den drehe. Und man drückt hier an den Knöpfen und die rennen eigentlich einen anderen Weg. Oder ich bin so ein dusseliger Wesen. Für alte Leute könnte es ein bisschen größer sein, wahrscheinlich. Oder, dass man richtig eine Stamme in der Hand hat. Aber es macht Spaß. Ich gucke mir große Spiele an, wenn Länder spiele oder Weltmeisterschaft, das gucke ich mir schon an. Dann fiebert man schon mit. Ob ich ein Fan werde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe noch andere Interessen. Sorry. Ich würde lieber rausgehen an der frischen Luft und selber Fußball spielen. Eigentlich bin ich Handballspieler, aber die Handballer trainieren ja meist dann Fußball, weil das mehr Spaß macht. Hallo, das war FIFA 18. Der Gewinner ist Hartmut. Alles Gute für dich. Danke. Ja, Peter war ein fairer Gegner. Das Spiel hat Spaß gemacht. Aber ich hoffe, ihr wollt uns nochmal sehen und wir können eine Revanche spielen. Euer Hartmut und euer Peter. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.